In Deutschland ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen viel zu groß. Und die Fernuni Hagen ist einzigartig, dieses Phänomen zu durchkreuzen und breite Zugänge auf den Campus zu ermöglichen und ins Fernstudium. Berufsbegleitend, Online-Lernen und hervorragende Studierendenbetreuung, das zeichnet die Fernuniversität als größte Hochschule unseres Landes aus. Das macht sie einzigartig und auch die Vielfalt der Studierenden. Und deshalb hat sie eine bundesweite Strahlkraft. Mit der Fernuni Hagen verbinde ich, dass sie Diversity und Exzellenz hervorragend miteinander verbindet. Denn Vielfalt fördert nicht nur alle Talente, sondern führt auch zu herausragenden Leistungen. Deshalb ist die Fernuni für mich ein Leuchtturm, der weiter strahlen wird und hoffentlich auch künftig mit noch mehr Landes- und bundespolitischer Unterstützung. Im Verbund auch der großen europäischen und internationalen Fernuniversitäten. Wir können stolz auf die Fernuni Hagen sein und helfen mit, dass sie sich weiter so großartig entwickeln kann. Und dann wird die Fernuni Hagen sein und helfen mit, dass sie sich weiter so großartig entwickeln können.